Hallo, euer Micha ist wieder hier mit Radio EP und natürlich hier Oktoberfest im Börsen 2015 und vor mir steht es eigentlich die Roberta. Hallo Roberta! Hallo, guten Abend! Ja, also die Stimme von dir einzigartig, klein aber feine Stimme. Roberta, wie fandst du heute deinen Auftritt? Du hast ja richtig abgerockt hier. Also vom Publikum her war es sensationell, Sound war sensationell, alles fand ich ganz, 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 ganz toll. Es hat riesen Spaß gemacht. Musst du jetzt weiter zum nächsten Auftritt? Ja, ich muss nachher um 23 Uhr in Puhlheim sein, aber klappt alles noch, ist alles noch. Wir sind alle noch in einer guten Zeit. Wunderbar. Roberta, ich danke dir für das ganz kurze Statement und hoffe noch, wir hören dich noch weiter öfters und alles. Danke! Dankeschön! Dankeschön!